Na ja, sie waren hier, na ha ha. Aber Frösche sind will ich nicht hin. Nein, oh, immer mehr Frösche, immer mehr Frösche. Na ha, immer mehr. Ja, ist der Klasse. Oh Gott, ich hasse sie. Wow. Wow. Oh, yo, wir sind ja cursed. Hm, genau. Nicht gut, dass ich Läuterungssteine mal gekauft habe, wenigstens zwei Stück. Nee, dann lass mir das mit Kirk, keine Ahnung. Ich will jetzt ungern eigentlich Kirk suchen und müsste mich da eh damit er kommt menschlich machen. Also, äh, nein, Kirk fällt auf. Äh, die Frösche. Die Frösche haben mich eben einmal kurz verflucht. Äh, nein. Da kam ja auch nicht hier oben, äh, leider. Da ist es auch unten bei den Ratten, die irgendwo fahren, aber... Sie können jetzt keine Abkürzungen, die über Schnellzeilen kommen würden. Wir werden das Bad zur AD eigentlich nicht benutzen oder brauchen, aber... Hier hinten gab's noch nix. Oder? Da? Ich denk dir nicht. Hier unten gab's aber was. Da 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 da... Da 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 da... Einer meiner Lieblingsposse, die jetzt kommt. Take hat natürlich inklusive. Ich mag den Kleinen. Er ist doch putzig. Er ist ja immer noch genug, eigentlich immer der Favorit unter allen Faultspielen. Nein! Okay. 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 Yeah, I just want to tie someone kind of stance now if they want to be strong again. I'm untied. That would look great. Okay. Okay. Uh-oh. Okay. Okay. Awesome! Hey! Okay. Okay. So, wir haben eine Banditsknife, auf plus 5. Wir haben eine Aim-Shield, eine Father Mask, Banditsarmor, Pepering und Equipment Fevering. Und wir haben ein paar Stats auf der Seite. So, das heißt, wir sind dann auch soweit, um nach Sans Fortress zu gehen und zum Iron Golem. Oh, soweit, Mark, soweit, soweit, Capra down. War ja schon fast wieder zu einfach, war irgendwie mit dem Banditsknife auf plus 5. Gaping gerade down. Das heißt, wir gehen jetzt zu Andre. Wenn wir bei Andre sind, werden wir das Banditsknife noch ein bisschen nach oben setzen. Wenn wir das Banditsknife nach oben gesetzt haben, werden wir durch Sans Fortress gehen. Sans Fortress wird bestimmt amüsant werden. Ich werde bestimmt das ein oder andere mal sterben. Das denke ich mal, könnte passieren, einhändig. Und das heißt, wir werden die なんwien es vielleicht ganz anschauen, lasse HandelnConf das nicht ein likewise, das Kinderschwe bangs haben. Und das ist bei der Einstallation zu kleinen Aufkonferen. los 악la całe haben, dann kurz zu vermeiden.